So, die Trollung, ne? Ach, die können wir nicht tragen. Die braucht schwere Kriegskunst. Gut. Das einzige, was ich mir hier hole, ist den Teleporter. Also den Seelenstein. Seenfels. Also übrigens auch noch so eine interessante Sache. Es ist, als ich hier die letzten paar Maps wieder ausgelassen habe, ist zu gucken, wo der Gottstein gerade steht. Ich meine, in der Map sollte hier einen Gottstein haben. Na ja, gut. Gehen wir uns ums nächste Kita-Lager. Das könnte schon etwas härter werden, weil es sind viele Gegner. Aber ich kann sie ja ein bisschen rausziehen zum Glück. Dadurch, dass sie etwas verstreuter sind. Na ja, der 19er ist so das größte Problem. Also der Level 19er Kita. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer! Und ich mache einfach das. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger! Zu mir! Standhalten, Männer! Runenkrieger! Zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Ja, doof, dass die Kita so auf meiner Zersetzung widersteht. Wir werden angegriffen! Das würde es auch ein meiniges leichter machen. Standhalten, Männer! Und ja, dieses Lager hier ist eines der Schlimmsten eigentlich. Er ist aber auch relativ schnell tot. Und Raan sărne, älch! Na ja! Ist ja... Na ja! Uh! Das war's für heute. So, was ist hier drin? Gut, ein paar Zauber, okay. So, was ist hier drin? Was sagt unser Questlog? Nur ein empfehligtes Portal zu erreichen finden. So, das war dieser Posten. So, dieses Kita-Lager. So, die hier sind auch noch gut dabei. So, das war ja. So, wieder Bergschlack anmachen. So, und dadurch der Große. Geht schon ein bisschen einfacher. Oh, Sharkkarn. Oh, hier wäre die 5. Ich glaube nicht, dass ihr euch das alles nochmal antun wollt, oder? Ich gebe zu, wir haben ja jetzt die Kita ein bisschen von unserem... Ich habe ein bisschen die Last genommen, die die Kita auf uns hatten, aber... Wie gesagt, hier grinden bringt nicht großartig viel. Also grinden, um Level 28 zu erreichen, meine ich. Das wäre ja benötigen, um den Charakter ins letzte Add-on zu übernehmen. Oh, hier ist das Ding. Oh, hier ist das Ding. Oh, hier ist das Ding. Runenkrieger, zu mir! Runenkrieger, zu mir! Okay, der letzte fühlt sich gerade nicht angesprochen. Standhalten, Männer! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Okay, der geht natürlich vorbei. Das ist ein Hinterhalt! Oh, Runenkrieger ist da. Du bist toll! Du kannst nämlich erstmal Amras Rüstung tragen. So, kannst einen von den Helmen tragen. Ringmäßig. Ja, von mir aus den Feinstein. Ja, und das Glutband. Große Klingenwaffen. Also eine Zweihändige. Mächtiges Reißschwert oder die Donnerklinge? Klinge des Lichts ist nämlich... Ah, kann er nicht gut. Äh, ne. Lieber... Lieber das Ding da. Gut. Haben wir unseren Superhero? Was kann er noch? Stichwaffen. Äh, ne. Ja. Jetzt bräuchte ich noch einen Kämpfer für den Drachenpanzer. Weil ich selber zähle da nicht. Ah, das hier wird wieder interessanter werden. Wobei es geht... Ah, Zirka ist hier.